Wir sind aber auch High-Level, ne? Beide. Was haben so? Beide haben. Ah, perfekt. Jetzt hättest du es. Ja, die machen zu. Ja, okay. Machen wir detoniert auf Vader. Ja, beide gemeint. Der hat den Würgegriff verkackt. Der Palpatine geht auf mich, glaub ich. Ja, ja, auf mich aber auch. Ja, ich hab grad keinen, ey. Ich hab grad gar nichts. Ich geh mal mit auf den. Der Palpatine geht verkackt. Ist gemeintrickt. Ja, der Palpatine ist scheiße. Sehr schön. Puh. Ja, wir sind jetzt im Vorteil, ne? Er geht jetzt auf dich, pass auf. Ja. Immer einen Trick. Scheiße. Ja, stabil, Vader. Ja. Und gut, tschüss, gute Nacht. Nice. Soll ich jetzt blastern? Ja. Ich glaub, du irgendwas machen kannst, vielleicht. Ich bin geblendet. Old Vader. Ist gestunt. Der Bober, der nervt. Ich treff den Bober auch nicht. Du musst mir mit Bober helfen, sonst bin ich tot jetzt. Ja. Ja. Super. War nicht in der Reichweite. Ja, du warst komplett auf den Vader fokussiert. Der hat mich die ganze Zeit hoch. Logisch. Das hättest du nicht machen, Türfchen. Okay. Achte auf den Pull. Mhm. Nö, ist mir jetzt eigentlich aber auch egal. Ich geh jetzt voll in den Angriff. Bock jetzt hier irgendwie was zu machen. Hab Stunt verkackt? Ja. Jetzt bin ich gepullt. Jetzt bin ich gestunt. Ja, ich auch. Habt Kylo? Ja. Er ist nicht gestunt. Fantastisch. Aber was für ein Zufall, ne? Das hätten... Locker wären die richtig chillig One-Wie-Wons gemacht. Aber dadurch, dass ihr beide kein Lichtschwert hattet, ne? Ja. Absolut. Stunt. Okay. 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 Ja, ich bin jetzt tot, Mann. Ich bin stuck. Also der Boss... Ja, einer. Wow. Ja, wir haben Zeit. Wir müssen nicht... Egal. Ich geh drauf. Egal. Ja, die war der gut. Wow. Ist auch egal. Ja, easy. Wollen wir jetzt nochmal dunkle Seite kriegen gegen die... Ah, ist schon rausgegangen. and... Muschie curve. ... Muschie.